Die Gespann Nr. 112, Jana Tieköter fährt ein in das Hindernis 1 und die Gespann Nr. 89 eingefahren in das Hindernis 3. Und Kerstin Schweife, Gespann Nr. 99, eben eingefahren in das Hindernis 3. Die Gespann Nr. 111 und die Gespann Nr. 112, Jana Tieköter fährt ein in das Hindernis 2. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020